Hallo und herzlich willkommen zurück zu PlayerUnknown's Battlegrounds Heute mal wieder mit einem Case Opening Ich habe ein paar Punkte gespart für die Woche Ich habe auch schon eine Kiste vorgekauft Gestern noch für 5600 Euro Dann wollen wir mal ein paar Kisten einkaufen So viele Oh die geht auch noch Geil Wie viele haben wir denn jetzt? 6 Stück Boah Jetzt bin ich echt mal gespannt was da rauskommt Machen wir los Kiste 1 Ah ein rotes T-Shirt Ok habe ich noch nicht gehabt Die nächste Liste 5 Aaaaaaah Blue Sky T-Shirt Liste 4 Ja geil Weißes Hemd Das freut mich Das ist cool Kiste 3 Die Jacke Ah die habe ich schon Scheiße Kiste 2 Blaue Kumpel Haben wir noch nicht gehabt Gut Und Kiste 1 Ach das Tinktok gibt es noch mal im Dunkeln? Ok Ok 6 Kisten und einmal richtig reingelackt Ne Jacke Nicht schlecht Nicht schlecht Ich werde das mal sehen können White Shirts Sieht Cool aus Boah Der Tinktok im Dunkeln sieht geil aus Helle sah gar nicht so gut Aber der Dunkel sieht geil aus Ok Rote Seedbird Langarm Skyblow Naja Geht Du hast die blaue Hose zu Ne? Hehehe Scheiße Leider keine Stiefel bekommen Handschuhe Jacke Wattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwatt 1 2 3 4 5 6 Ahn Keine schlechte Ausbeute Ich habe immer noch Eine Basegip überwacht Beim letzten Mal Habe ich ja schon Giveaway gemacht Mit der Basegip Und ich würde sagen Klucken wir sie diesmal nochmal raus Das heißt Nochmal ein Giveaway Nochmal die Basegip Wer sie haben will Like dalassen Channel abonnieren Und einmal einen Kommentar dalassen Ich hoffe ihr habt Spaß bei den Case Openings gehabt Und ich würde sagen Wir sehen uns nächste Woche Montag Mit der gleichen Zeit Ich hoffe diesmal Kriegen wir sieben Käses zusammen Das wäre doch was oder? Sieben Käses Könnten wir knacken Also bis zum nächsten Mal